Hallo Facebook, hallo YouTube, mein Name ist Freddy Fuchur und ich heiße euch willkommen zu einer wunderschönen und neuen Folge Star Bauen. Bei der letzten Aufnahme ist mir mal, ey, wie oft mir das eigentlich passiert. Was passiert, deswegen hat sich hier unten gerade noch mal ein bisschen weiter ausgebaut. Nicht viel, wie ihr seht. Es kamen noch die Kisten jetzt hier runter, geht hier unten dann einfach natürlich ein bisschen weiter. Hier sehe ich gerade, das können wir gerade mal zumachen. So sieht es auch alles gleich viel, viel schöner aus. So, das war es dann auch schon. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal, wenn es heißt Fuchus Let's Plays. Bis dahin, macht es gut. Tada, ja, so sieht unser Haus aus. Doch mittlerweile eine beachtliche Größe. Jetzt wollte ich doch nochmal, genau. Ja, ich war ein bisschen dann natürlich unterwegs, weil mir das erst dann, sagen wir mal, nach 10 Minuten ungefähr aufgefallen ist. Dann ist mir wieder die Zeit weggerannt. Ja, und jetzt sind wir wieder an dem Standpunkt. Gerade wieder schnell aufgenommen. Schöne Sache. Wie gesagt, Prioritäten immer das Gleiche. Und hier habe ich schön extra für euch eine Lücke gelassen, damit wir, damit ihr doch noch wisst. Ja, hier spielt der Vorhor, der Depp kriegt es immer noch nicht hin. Alles ordentlich mal einzutakten. Und wenn ich das hier außerdem vergessen habe, fragt mich nicht. Ich weiß es nicht. Machen wir aber gerade mal schnell fertig. Das sind ja keine Unmenschen. Was hat das damit zu tun? Gute Frage. Aber mal schauen. Wie gesagt, das Bauprojekt, das ziehen wir jetzt auf jeden Fall noch durch. Dass wir dann quasi jede Frucht, die wir besitzen, ein Stockwerk haben. Ein Stockwerk haben. Ihr seht, hier ist ein bisschen was vorwärts gegangen. Die einzige Sache, was jetzt halt ist, ist, ich brauche Glas noch. Oh, maß. Und was brauchen wir noch? Nee, Glas eigentlich nicht. Na gut, damit der Hacke das alles machen. Aber wie ihr selbst seht, ist das ja alles nicht gerade mal in fünf Minuten getan. Sondern so eine gewisse Beständigkeit ist da ja weiterhin. Ups, nee, nicht so, sondern so. Aber das ist halt nur mal bei diesen Bauspielen so, dass man sich da auch einfach die Zeit dann dafür nimmt, Sachen auch ein bisschen größer ausfallen zu lassen. Mir macht das Spaß. Wie gesagt, ich habe ja den Hang zu übertreiben. Um mal ordentlich hier loszumachen und buffen und fighten und reiten und was weiß ich. Schön, schön, schön. Ach ja. So. Hier geht es weiter und dann kommt. Und ja, auf jeden Fall Glas. Glas ist wirklich das Ding der Stunde. Ich bin auch extra deswegen auf einen Wüstenplaneten geflogen, um halt wirklich möglichst viel Glas dann zusammen, was heißt Glas, also Sand und dann Glas herstellen zu können. Ja, aber das ist halt auch noch ein Ding, was noch quasi in der Zukunft steht, was noch nicht gemacht wurde. Wir brauchen Laternen. Laternen müssen wir noch ormas herstellen. Also da gibt es wirklich noch viel, was, boah, sage mal, ausgezeichnete Maier- und Maus-Führung natürlich über Jahre angeeignet. Ach, ich weiß auch nicht. Ja, so. Außerdem müssen wir auch bald wieder auf Metalljagd gehen, da das uns auch langsam ausgeht. Langsam, aber sicher. Also da kommt noch einiges auf uns zu. Ich glaube, wir sind auch so langsam beim Finale angekommen. Also auf der maximalen Höhe. Ich hoffe, ich weiß es jetzt ehrlich gesagt wirklich gar nicht. Das ist natürlich, na, da geht es noch höher. Es geht noch höher. Also haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen was vor uns. Na, komm. So. Die mittlere Reihe mache ich, Dings. Ich glaube, ich möchte lieber... Hier mache ich es noch. Oben werde ich das dann auch nicht mehr machen, sondern ich mache wirklich nur noch die reine Umrandung. Denn das Ausschnücken, das muss halt dann später passieren. Ups. So. Ich muss jetzt auch ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ja, wie lange das halt alles noch sich hier hält. Außerdem, wenn das geschlossen ist, hoffe ich auch, dass die ganzen hier... Ja, dramatische Musik, weil ich ein Tier getötet habe. Ja. Wenn das Glas dann drin ist. Und ich hoffe, dass dann auch keine Viecher mehr hier drin... Ey. Jetzt fetscht wieder ein bisschen sauer. Trampel, trampel. Okay, lass uns losrennen. Ja, aber es geht vorwärts. Da oben haben wir noch eine... Ja, quasi noch ein Stockwerk. Es gibt auch kein Maximum, soweit ich weiß. Also von daher... Können wir echt noch riesig viel hier machen. Oh, mich juckt's. Kann nicht, muss zu Ende laufen. Muss zu Ende bringen, was ich angefangen habe. Aber da sind wir doch schon an dem Punkt angelangt. Ach, ja. Schön, 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 wie sich das... Wie doch so Dinge langsam wachsen und immer größer werden. Und dann letztendlich zu einem... Ja, man könnte es fast nennen. Ein Turm zu Babel, Babylon wird... Oh, yeah. Da braucht man keine Angst haben. Und oben bauen wir dann quasi unser Penthouse hin. Unser Eigenheim. Jetzt muss ich zählen. Und bei... Ich sag es also... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Stimmt das? Zwei, vier... Also zwei, vier, sechs... Ja, doch passt. Ach, das war ich denn. So, erst mal gut. Ach, leck mich doch am Single. Nee, komm, wir machen es gleich weg. Jetzt taucht es wieder irgendwann auf. Und dann, ach, du Depp, du hast das ja vergessen. Vor 10.000 Folgen. Was soll ich dazu sagen? Ja, ist so. Kann man sich auch nicht rausreden. Ach, ich hoffe ungemein, dass aber wirklich... Wenn wir das Glas drin haben, dass da keine Viecher spawnen. Weil sonst wäre das echt ziemlich uncool. Ziemlich uncoole Geschichte dann. Na komm. So, wir haben noch genug. Also können wir hier... ...noch hochgehen. Geht doch alles. Nein. Verdammt. Ach Gott. Wie lange das alles immer braucht, bis man das alles mal ordentlich hat. So. Und ich bin der Rabe. Ja, da ist doch ein bisschen die Sicherung durchgebrannt. Kommt mal vor. Tut mir... Ne, tut mir eigentlich gar nicht leid. Ich fand es ehrlich gesagt im Nachhinein dann doch sehr lustig. Und ich dachte, was machst du nun da jetzt schon wieder? Das sind dann diese typischen 5 Minuten, die man im Leben nun mal kriegt. Wenn man weiß, was man dagegen nimmt, ist auch alles gut. Wenn nicht... Ja, dann kein Alkohol. Hilft auch manchmal. Lasst einfach den Alkohol generell weg und das funktioniert alles auf einmal viel besser. Hab ich gehört. Ach ja. Nein, nein, nein. Oh, wieder beide weg. So war ich aber auch. Ach ja, bald wird es dunkel. Ja, mit den Laternen muss ich dann auch nochmal gucken. Ich weiß gar nicht, wie mir die graftet. Ich hoffe mal, dass das geht relativ schnell und fix dann. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß... Ach, Mann, ey. Weißt du mich, ey, du Schmann, ey. Ach ja. Naja. Das bleibt nicht aus. Ey. Du Vollidiot, ey. Ne, da draußen. Hört mal auf, da draußen rumzulaufen und bringt mir lieber mal ein Stück Kuchen. Ah, ihr habt mich schon richtig verstanden. Müsst ihr gar nicht so blöd klotzen. Erdgeschosswohnung. Kritisch. Immer kritisch. Gerade wegen Einbruch. Aber auch einfach wegen den ganzen Idioten, die einem da reinglotzen. Ist ja nicht so, dass wir hier ein Veranstalter sind. Und... Also es ist eigentlich beeindruckend, wie neugierig doch die Leute sind und einfach sich Sachen... Also ich erwische mich natürlich dabei auch. Also ich spreche mich davon natürlich nicht frei. Aber es ist lustig, wie doch die manche auch da wirklich da permanent reinstarren. Manchmal stehe ich dann da und weil es halt dunkel in der Wohnung ist und draußen hell, sehen sie mich nicht. Bis sie mich dann doch irgendwann realisieren. Dann entschrecken sie sich und gehen beschämt weg. Das ist eigentlich dann immer so mein persönlicher Triumph. Oh Gott, ich muss weg. Da müsst ihr euch auch mal den kleinen Jungen mit, der bei der Nationalhymne die Becken spielt. Und ja, dann einfach, ja, was kaputt geht. Was dann... Schade für ihn. Aber er reagiert richtig. Er macht es... Ich hätte... Keiner hätte von uns besser reagiert. Also top. Da darf man auch gar nicht über... Also man muss natürlich über ihn lachen. Aber perfekt reagiert. Optimalst. Mein persönlicher Held. Da muss man... Einfach mal dazu stehen. Da muss man halt sagen. Junge. Wieso hast du nichts gelernt? Es ist noch nicht zu spät. Ja, ich habe heute Morgen Radio gehört. Erster Song am Tag und... Oha, der Hund. Der Hund. Schnauze. Fury. Schrecklich. So, da. Genau, genau. Weil ich habe Rainbow Wood gefunden. Das fand ich ja dann ganz abgefahren. Und das werde ich jetzt quasi als meine nächste Errungenschaft hier oben pflanzen. Mal gucken, ob der hier überhaupt... Er ist aus der Wüste, aus dem Wüsten. Vom Wüstenplanet, auf dem wir waren. Die Samplings lasse ich mal... Wobei... Nee, nee, die habe ich ja eigentlich... Eigentlich waren die ganz schick. Was habe ich hier? Und Melonensamen. Da wollte ich eigentlich mal gucken, habe ich unten... Nee, ist egal. Ich pflanze die hier oben an, die Melonensamen. Und wenn ich unten natürlich noch was habe, dann kommen die einfach nach der Hocht. Die Melonen. Ich weiß es nämlich jetzt nicht. Der aufmerksame Spieler wird es wahrscheinlich wissen. Ich weiß es nicht. Ist auch egal. Auf jeden Fall habe ich auf dem netten Wüstenplaneten halt auch einiges an Melonensamen gefunden. Sehr geile Sache. Also ihr seht auch relativ viele Melonensamen. Neonmelonsamen. Verzeihung. Top. Die Wette quillt. Oha, super Wortwitz. Haben wir wahrscheinlich auch schon eins, zweimal gehört. Ja, Melonensamen. Mal gucken. Also ich sage mal, in Sachen Hunger können wir uns eigentlich jetzt überhaupt nicht mehr verstecken. Ich hasse es. So. Ich hasse euch Leute. Besonders Kenny. Bam, 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 bau. Es wird dunkel. Das heißt, wir müssen hier so langsam verschwinden, weil ich habe hier oben nichts an Licht an. Dann werden wir dort nicht mehr viel erkennen. Oh. Oh, oh, oh. Wir beeilen uns. Zack. Nein, hier. Dunkelheit. Dunkelheit. So und fort. Yeah. Zeige ich euch mal den Planeten, obwohl da nichts Besonderes sei. An sich nichts Besonderes ist, außer halt natürlich diese Regenbogen. Bäume. Oh. Ah, ich bin das letzte Mal links gegangen. Bekanntlich wissen wir ja, links ist unsere Richtung. Und natürlich Sand. Ganz, ganz wichtig. Komm. Zack. So. Also das sind, wie gesagt, diese Regenbogenbäume. Oh. Da bin ich das letzte Mal doch dann schon einmal wirklich komplett um den Planeten gelaufen. Weil das aber, wie gesagt, das sind auch neue Viecher. Die kenne ich nicht. Wenn ihr sie kennt, könnt ihr mich gerne berichtigen. Denn ich kenne sie nicht. Und von daher. Äh. So. Und natürlich hier. Das geht natürlich. Kann wir nicht einfach da lassen. Die beobachten mich. Aber die wissen, dass ich der Rabe bin. Und dass es Probleme geben könnte, sich mit mir anzulegen. Den ein oder anderen Zahn wird man da nicht nur verlieren. Dann, da, dann. Kohle. Melonen-Sahm. Melonen-Sahm. Oh. Ganz wichtig natürlich der Sand. Sand ist natürlich schon eine geile Sache. Genauso wie das Gravel. Weil man kommt einfach so zack, zack, zack. Ganz schnell an Rohstoffe ran. Ach ja. Did the Stargazers allow you to leave your flock, Avian? Äh. Wie du siehst. Nein. Regenbogenbäume. So sehen die dann bei uns oben demnächst aus. Schön, oder? Ein bisschen bin ich ja froh, dass wir unseren Heimatplaneten dann doch zumindest auf einem Deltaplaneten, also Deltaquadrantenplaneten gesetzt haben. Das wäre nämlich anderweitig schon ein bisschen doofer geworden. Halt. Kommt alles mit. Okay. Ja. Heute waren vorbeigeflogen. Feuer. Und zack. Na, seht ihr? Merkt ihr was? So. Ja, okay. Was geht hier so? Nichts. Machen wir das so? So. Beeilung, bitte. Wir haben hier noch Sand. Feinen Sand und Sand. Ah, wieder bleibt einer übrig. Einer bleibt immer übrig. Einer. Einer bleibt immer übrig. Gut, kommt, kommt, kommt. Oh, da wollte die Stimme gerade nicht. Da ist ein Tundra. Nehmen wir mal Tundra. Sei es drum. Gibt es eigentlich irgendwas, was ich... Es sieht hässlich aus. Es ist heute wieder so laut. Habe ich so laut aufgedreht. Ich glaube, rüstungstechnisch bin ich ja jetzt wirklich am Schluss angelangt. Oder? 400 Schutz. Forged from pure Imperium. This beautiful work of wearable art also protects against nearly anything thrown at it. Entschuldigung. Ja, wir haben eigentlich so quasi doch schon alles. So. Damit haben wir Starbound besiegt. Und wir sind die eindeutigen Gewinner. Jetzt geht es eigentlich nur noch da drum. Unglaublich viel zu bauen. Denn die Ruhe haben wir ja jetzt. Na, komm. Gib mir all deine Diamanten. Und Geld natürlich zu machen. Geld habe ich mittlerweile doch einiges. Wie ihr seht, sind ja echt überall wie blöd Diamanten zu sehen. Ich dachte immer noch, es gibt eine Diamantenrüstung. Weil, ja, ihr seht ja auch hier Platinum. Überhaupt kein Problem. Taucht auf, wird genommen und besiegt. Ach, ja. Ach, ja. Platinrüstung müsste es noch geben. Also aus dem ganzen Material, in dem ihr einsammeln kann, müsste man natürlich auch noch quasi Rüstungen herstellen können. Das ist echt ziemlich laut. Das hat sich da irgendwie bei den Options was umgestellt. Nö. Eigentlich nicht. Dün, dün, dün. Da, immer da. Na gut. Oha. Tut mir leid. Ich mochte ihn einfach nicht. Was haben wir hier? Okay, die haben wir auch schon. Aber schauen, schauen. Was ist hier noch so cute? Ach stimmt, auf den, ach, den Wüstenplaneten gab es, gab es noch so ein Space Alkaia. Also diese avian Flugschiffe. Das habe ich jetzt natürlich ganz vergessen. Macht Platz. Wo ist denn hin? Ey, so. Ich überlege, wie oft wir vorher gestorben sind und jetzt sind wir einfach nur noch Bad Motherfuckers. die ihr einfach euch alle gewaltig lieben. Du bist cool. Du allerdings. Solltest mal deine Prioritäten überlegen. Genauso wie du. So elendig, ey. Nichts an, der Hippie. Hier muss doch irgendwas kommen. Nein. Was soll denn das, bitte? Gerade bedeutet auch eigentlich, dass da immer was ist. So gut. Tja, da ist doch was. Gude. So. Schauen wir mal. Evian. Slendern. Ja, ihr habt zwar echt gute Rüstungen, aber da fällt mir das ein. Das kommt alles jetzt mit. Das nicht. Wow. Uiuiuiuiuiui. Ja, mal schauen, was wir daraus alles so zaubern können. Das war knapp. Auf alles mit. Ist eigentlich immer noch lustig, dass man die halt einfach so mitnehmen kann. Ich denke mal, wie gesagt, das ist eigentlich nicht so ganz der Sinn der Sache. Aber pfff. Das sind Betas. Da darf das natürlich noch so sein. Eigentlich ist es so ziemlich beeindruckend wie doch dieser Run. Also man beschimpft ja eigentlich immer die Spiele, dass die rausgebracht werden und ja quasi noch ziemlich verbuggt sind. Aber dann ist dieser Hype Early Access für Betas und so da möglichst vorne ganz am Anfang mitzuwirken doch recht groß. Also es ist so ein bisschen, ja, wiedererwartend. Oder wie soll ich das am besten schimpfen? Ach komm, Neonmelonen werden wir demnächst einige bekommen. Dieses Schwert ist gut. Dieses hier auch. Ach, wir haben wieder so viel. Dann können wir den Dreck vorweg geben. Und das hier. Und dann geht das wieder so. Was ist das da? Eigentlich soll das auch noch nicht so ganz bekannt. Diese Grabstätten. Halt. Was soll das? Ach, das sind immer Fischien oder was? Ich verstehe es gerade nicht. Ihr dürft mir doch eigentlich gar nichts tun, weil ich bin doch einer von euch. Eigentlich. Also ich verstehe schon, warum ihr was tut. Aber... Hat er mich vergiftet, die Sau? Das sind immer unterschiedlich. Na gut. Dann lassen wir es. Ach ja. Und damit beende ich diese Folge. Mit einem lauten Bellen, weil der Hund schimpft. Und ich hoffe, wir sehen uns... Schnauze! Das nächste Mal. Und bis dahin. Macht's gut. Tschüssi! Ja, das war Folge 90. Und es geht so stark auf die 100 zu. Was haben wir in dieser Folge getan? Und wir haben uns natürlich weiter unserer massiven Obstplantage gewidmet, um da langsam doch endlich mal fertig zu werden. Und sind dann auch gleich mal ab auf den Wüstenplaneten, zu dem ich das letzte Mal geflogen bin. Und habe dort noch ein paar Mineralien abgesagt... Abgesagt, 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 zugenommen. Und habe natürlich schön euch gedankt, dass ihr zugeschaut habt. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Macht's gut! Untertitelung des ZDF für funk, 2017